Eintracht Frankfurt gegen Darmstadt 98, DFB-Pokal, Achtelfinale. Peace Leute und was geht ab? Willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Jan Torresan und in zwei Stunden ist Anpfiff, Leute. Ich würde sagen, wir machen uns ready, gehen ins Stadion. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Vlog. Let's go, VCSG. Leute, wir sind vor dem Stadion. Ticketkontrolle ist durch. Soon, wir sind in dem Stadion. Leute, wir sind in dem Stadion. Und hier ist direkt der Frankfurt-Ultra-Sport und Leute, hier ist das Stadion. Okay. Zu wild. Ey Leute, die Millionen laufen gerade rein und jetzt fängt sie an. Jetzt fängt sie an. Meine Millionen Scheine haben wir. Die Millionen Scheine sind alle zusammen hier reingerannt. 10 Mal Koko, Achtelfinale. 25 Kippen auf den Schiffen. Da hatten wir mal so eine Stadion gerannt, Leute. Wir sind in den Stadion gerannt, Leute, wir sind in den Stadion gerannt. Direkt nach drei Minuten. Schuhen stehen, aber es geht ab. Wie die Jungs hier. Gefährliche erste Situation für Darmstadt. Frankfurt! 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 Kolokolo, 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 Mouani! Kolokolo, Mouani! Kolokolo, Mouani! Wie glatt das an, kein Junge Fried. TOR! Für uns der Eintracht. Runde! Kolokolo, Mouani! Kolokolo, 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 Mouani! Oh ja, oh ja, ist gut! Komm, bring das Ding gut rein! Bring das Ding gut rein! Komm, komm! Ja! 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 Nein, nein! Ey, Rode, Bruder, was hast du deine Mitglieder gemacht? Frankfurt! Nein! 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 Oh mein Gott! Oh mein Gott, was ist hier los? Und jetzt kommt zwei Minuten, zwei Buletten kassiert. Was ist da los, Rante? Oh nein! 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 Das kann nicht wahr sein. Und jetzt werden wir gerade von der 25. bis zu 30 Minuten aus der Anhaltung laufen. Egal, es kommt schlimmer rum. Alle, alle, alle! Alter Frankfurt! Alter Frankfurt! Alter Frankfurt! Alter Frankfurt! Alle, alle! Nein! 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 Euh! Schönes Team! Ja, wir haben doch wirklich Mut. Das Ding muss jetzt mal. Wir brauchen dann gleich wieder ein. Ja, 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 ja. Ja, ja, du, du, Herr Leiter. 2-2. Du wischst mich, du wischst mich. Ey, wo ist die Nähe? Kommt ihr nach Platz? Wir haben gerade noch ein bisschen bewegt. Jetzt kommt ihr auf einmal zübten, ey, geil. Ja. Ja. Damit haben wir einen neuen Spielstand. Eintracht Frankfurt. 2. Null. Torball. Torball. Junge, der hat noch Ball gespielt. Der hat so Ball gespielt. Wow. Ja, ja, ja. Weißt du, Gattuso früher immer diese. Ich hab Ball gespielt. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Das ist eigentlich ein Stop-Zo muss rein auf jeden Fall. Für die zweite Halbzeit. Ja, ja, ja. Let's go. Darmstadt geht hier richtig scharf. Ja, ja, ja . Ja, ja, ja. übersiedlen kann man das sind gering. Ja, naja, ja. Komm, Bruder, machen wir einen Longshot! Oh, Mamma mia! Mamma mia! Oh, schüss! Wir sind da! Wir machen jetzt mal. Hey, der hält den Zeit! Hey, hey! Krieg ohne! Krieg ohne! Was? 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 Was macht der Schiri? Der Steier sieht den Kopf rüber. Was ist denn los? Thierry! Ja! 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 Kegol! Mamma! Kegol! Kegol! Was? 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 Jawoll! 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 Eintracht Frankfurt! 3-2-0! 0-0! Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das kann doch nicht wahr sein! Das kann doch nicht wahr sein! Aber was ist denn? Oh mein Gott! Marlon Masanto. Jura, was hat der gar nicht gemacht? Ich bin da strahlös. Das hat der gar nicht gemacht. Blöker, Alter. Es steht halt nur 3-2. Nein, er muss jetzt 4-2 machen. Das ist gut. Das ist gut. Das ist jetzt die erste. Torco. Torco. Beiko. Ja. Der 90. Minute. Ja. Die 90. Minute, wie ist es? Ja. Immer in der 90. Minute. Damit lautet der neue Spielstab. Ein Kampf an Ur. Ja. Null. Kolo Kolo. Kolo Kolo. Kolo Kolo. Kolo Kolo Buani. Kolo Kolo. Kolo Kolo. Kolo Kolo Buani. Jawoll. Wichtiger Sieg. Jetzt geht's ab ins Viertel. Jawoll. Gliedenschweine. Schalalalalala. Gliedenschweine. Leute, lasst Like und Abonnaren. Dann sehen wir uns im nächsten Vlog. Macht's gut. Peace out.